Als übliche Schulmacher müssen wir angeklaufen, aufgrund von Angst zu verteidigen, von Aktionen, Kommunikationen oder Kurzgebung zu ermöglichen. Wir müssen auch die Kreuzentaten, die türkischen Staaten zu veröffentlichen und trotzdem auch die Verantwortlichen ausführen. Wir müssen herzulaufen, unsere Aufgabe, unsere Aufgabe, unsere Unternehmen, gegen den Kassismus zu verteidigen. Die Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kassismus-Kass Vielen Dank.